Oh man, warum hast du nicht noch den Pilz eingesammelt? Ja, jetzt hab ich dann weit genug gedacht. Scheiße. Deine Gedanken sind so lang wie eine Autobahn. Erste seelische Zusammenbrück. Was hat das denn? Geht einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr springen. Mir tun die Fingerchen weh. Die geistigen Nerven. Wo ist eigentlich Ludi wenn man den mehr braucht? Ich weiß es. Ich glaube, wir rufen ihn jetzt einfach an. Nein, nein. Nein, tut mir nicht. Ich kann irgendwie Ludi hier nicht haben. Aber Ludi, du.. Ja, Ludi, Ludi, ich... Ich hab was anderes. Du bist so ein Arschloch. Was? Was? Das war jetzt aber genau! Ja? Muss ja nicht immer wieder an die Kante. Wieso nicht? Die Kante ist schön. Ich mag Kanten. Kanten sind besser wie Ecken. Denk mal drüber nach. Oh Gott. Kanten sind wie Ecken nur breitgezogen. Denk mal drüber nach. Je mehr du weißt. Das tut mir der Arsch, wenn ich grad nicht mehr sitze. Das tut mir der Arsch, wenn ich grad nicht mehr sitze. Das ist mir egal. Wir machen weiter. Oh, wie lang? Oh, hat er keine Absicht. Das war Absicht. In diesem Spiel sind keine Wombats zu Schaden gekommen. Doch. Jetzt. Verdient. Wieso hab ich das versucht? Ey. Wieso hast du das versucht? Ja, freut mich auch. Lauf. Oh Mann! Jetzt hast du bald alle Leben verprägt. Oh, springt man nicht mehr. Ey. Lass mich, lass mich in Ruhe konzentrieren. Ihrchen zack. Das ist nicht mehr der Ernst. Das macht keinen Spaß mehr. Dieses verpfingende Kackspiel. Das macht wirklich keinen Spaß mehr, Leute. Das geht immer. Sag nicht, Leute. Sag nicht wieder Leute. Ich hasse dich dafür. Was? Clever. Ich hasse es. Ich hasse es. Clever. Ich muss dir was sagen. Ey, willst du es heute echt noch durchmachen? Ja! Und wenn ich den... Nein, 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 nein. Ich will nicht mehr. Oh, du musst sie ja hinkriegen. Du bist eh besser wie ich hinter dir spielen. Ich bin selblichen. Das finde ich auch mal ein schönes Kommentar. Aber davon abgesehen, nein! So, jetzt mach. Du musst doch hinkriegen, verdammt. Wo sollst du Axt sein? Axt? Sag Axt. Axt? Axt. Du als letztes Player. Axt-for-Man! A durm. A durm! A d-man! Like a boss. Like a v-a-gig! Äh, was? Entschuldigung, hat kurz weg gedreht. Du musst dir das doch jetzt schaffen! Ich weiß, dass ich muss, aber ich kann nicht! Wiefals weiß, dass du muss, aber du kannst nicht! Ich weiß es nicht. Was ist denn jetzt? Wer hätte die Sinn? BIEIS DA LOS! Monstren des... Dein Ding dahinten ist weg. Geister. Aber das ist aufwecken. Darf aber nicht. Das ist mir doch relativ egal. Oh Gott, ich glaube, ich muss kotzen. Jetzt ist es aufwecken. Oh Gott, ich glaube, ich muss echt kotzen. Verdammt. Pass auf, da kommen noch die Profilchen. Nein, wieso kam denn da von oben, Alter? Bleib leben. Ich weiß nicht mehr, wo du stehst. Ist mir egal. Du wirst leben. Ich sollte gehen. Patidü, patidü. Patidü? Was heißt hier patidü? Was ist das? Was meinst du damit? Was bedeutet das? Ich glaube nicht, dass wir so peinlich nur zwei leben. Das ist so egal. Du setzt echt alles aufs Spiel, oder? Ey. Ich hab kein Bock mehr. Ich hab noch zwei Leben. Hey. Wieso springt der in solche Situation nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der hat dich nicht lieb. Keines wirklich vom Bad sein. Das finde ich gut. Ich hoffe es. Aber sonst darfst du irgendwann nicht selber rein. Ich weiß es. Ich weiß es. Aber. Nein, es ist ja nicht mehr das Portal da. Verdammt. Verdammt. Oh, verdammte. Leute, ich mag nicht mehr. Ich stirbe. Ich sträume mich jetzt gegen das Spiel. Ich sträume mich jetzt gegen das Spiel. Hä? Ich hab Gefühle. Bist du ein Mann oder ein Pferd? Ihr macht auch nicht mehr so lustig. Die Stimmung ist total am Boden. Nicht am Arsch. Oh, das war knapp. Vorsicht, Zähne. Bevor da noch was rauskommt. Das war's. Das war's. Wow, hab ich echt nur noch ein Leben? Ja. Das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Ich mein, verfick das Leben, ihr blöden Wichser. Bring uns die Münzen ein, wir kriegen keine 100 Münzen mehr. Das nützt uns aber nichts, wir kriegen keine 100 Münzen mehr. Kannste knicken. Ja, kann ich ziemlich knicken. Ein Versuch. Ein Versuch. The final Versuch. Pass auf, das dann gleich wieder Nightjumps, ne? Ich geb jetzt mein Bestes, verdammt. Flop! Oh man. Ja. Lauf! Pass auf, da kommt's. Oh, und rein. Und jetzt denkt's. Ja, du, 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 du! Ja! Pfff! So. Oh man. Seiner Schaffner. Das ist jetzt nicht der Ernst. Ich hab nicht so viel Zeit, verdammt. Weiter. Komm. So. So. Rüber. Rüber. Rein. So. Und jetzt das Wasser level? Nein. Eins noch. Es kommt nicht durch. Es kommen die scheiß Fische. Ja. Mit denen werde ich sterben. Ich hab's gewusst! Hat das jetzt nicht weh? Es ist mir scheißegal. Es ist mir scheißegal. Es regt mich auf. Der Fisch kommt von unten. Wie kann der dich töten? Ich weiß es nicht. Es kann's überhaupt nicht sein, man. Es ist doch ein Scheiß. Es ist doch ein Zweifel. Es ist ein scheiß schweres Spiel. Die alten Spiele waren übel schwer im Gegensatz zu den neuen. Es ist echt der Hammer. Mario Portal. Der hat der Mario Portal erfunden. Dann bin ich den erwischt. Dann. Dann war's. 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 Das ist irgendwie komisch. Noch eine Mofa wird's verkratzen. Ichники jene Mofa, wenn's das so universities gibt. Ja, da muss ich mir ja dann kaufen. Dann, dann kannst du's mir dann nachschinken. Nee, dann bei Falschenungszentenstürker zu kaufen. Dass du gellösst. Ah, ja. Na, kannste mir sagen, ich habe mit diese Mofa eine Welt berühmt werde. Welt berühmt. Ich wehe es ja nicht mit. Das ist ja nicht der Erfinder von Mario. Was dann? Von Mario Portal. Das ist ein Fan-Game. Danke. Okay. Du wirst ja die Stimmung wieder heben. Wir kriegen das. Wir kriegen das. Kriegen wir nicht. Das ist ja das Problem. Und ne Alkohol. Eineinhalb Stunden sind wir schon in der Scheiße wieder dran. Halt die Fresse. Ich brauche keine. Ich habe ihn bei Sie. Sehr gut. Oh Mann, wir sind ja schon besser als ein Sears-Kommando hier. Ah, verdammte. Nein. Was war das? Keine Ahnung. Warte, lass mich. Da halte ich bereit. Was? Aber immer drei Kanonen. Das ist ja egal gewesen, wenn ich die erste getroffen hätte, mein Freund. Dass du immer so eine Show abziehen musst. Das ist der Hammer. Jedem das Wow. Jedem das Wow? Nein. Oh Gott. Gut gemacht. Roger. Sir. Nein. Was? Nein. Erstmal durchspielen. Dann retten wir Roger. Ach so. Was ist das denn für eine Scheiße? Das war eine gute Idee. Okay. 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 Stehst du? Ja. Sehr gut. Nein. Du trägst ihn nicht jetzt. Okay. Ah. Fäustchen. Fäustling. Fäustling? Fäustling. Ich könnte jetzt mal einen Klopfer oder so auszubauen. Klopfer? Du darfst nicht. Ich bin lieber. Ich habe den Klopfer gegeben. Ich wollte nett und sehr sozial sein. Oh Gott. Nein. Warte. Jetzt. Äh. Uh. Sehr gut. Roger. Nein. Erstes Spiel. Dann Roger. Oh. Nein. Oh Gott. Das gesehen. Das war episch. Muss ich schon sagen. Das werde ich mir noch mal in Zeitlupe als Poster ziehen. Nein. Es ist tot. Ey. Jetzt reißen wir mich zusammen, Mann. Ich kann das nicht. Guck mich an. Sei ein Mann. Er hat nicht geoffert. Das hat nicht mal gepatscht, dass ihr es hören könnt. Voll scheiße. Stealthpatcher. Ja, ja. Das ist unfair. Wow. Siehst du mal. Wir sind voll die Bros mittlerweile. Ah. Die Handball ist so lächerlich. Oh Mann. Ja. Ja. Ist das nicht der Ernst? Verdammte Kacke. Wieso kriege ich es nicht mehr hin? Weißt du was? Weißt du was? Jetzt spielen wir das Ganze mal alles rum. Ich lauf. Du lauf. Du lauf. Ich lauf. Du lauf. Dunlup. Was? Nein. Nein. Das war gut. Gut, dass du mir ein Kommando gegeben hast. Nein. Meine Liebe verloren geht. Es ist auch geil. Er kriegt Zockung. Er kriegt Zockung. Es ist aus. Er kriegt Zockung. Was ist das? Hör. Oh Gott. Hör. Schieb ihn hier rüber. Schieb ihn hier rüber. Danke. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe ein Mario Trauma. Oh Gott. Ein Mario Trauma. Besser als ein Mario Trauma. Das würde mir Angst machen. Ach, das ist doch so. Ja, Entschuldigung. Ich habe es vergessen. Reflex. Reflexion und so. Nee, passt. Tricks. Was? Du bist ja so lustig. Oh. Ja. Du bist ja so lustig wie Ludi. Ich bin das. Nein, du bist nicht lustig. Ich hob da ein Zang. Ich hob da ein Zang. Ja, ja. Ah, halt die Fresse. So. Was? Was? Oh, jetzt bin ich hier unten. Da fuck. Emerson, like you. Aha, aha. Wow. Nein. Tolle Position. Okay. Muss ich dir lassen. Ganz toll. Tot. Tot durch Fall. Einfach sturzbesoffen. Nicht tot. Tot. Ja. Nein. Wieso habe ich angehalten? Kartoffel. Puffa. Nein, spring. Das ist so ein Scheißspiel. Ich habe nur noch ein Leben. Soll ich denn das nächste Level mit nur noch einem Leben schaffen? Kannst du mir das bitte verraten? Vorbei. Ich habe es immer mal anders hingelegt am Ende. Soll ich laufen oder willst du? Okay, ich laufe. Ja. Schneller ist die Bulli. Da sind nur die Hammerwerfer, ne? Das ist ja nicht so gefährlich. Blödes Vieh, blödes Vieh. Jetzt, da, da, da. Ja. Boah. Ich spring doch nicht so nah an die Viecherhammer. Ich kann doch nichts dafür. Weg. Ich weiß ja, das kann ja sein, ne? Ach so, ja, stimmt. Ja. Gucken Sie sich einen Moment an. Ist ja nein. Angst. Weg. Ja, weg. Auf. Geh weiter. Sag mir eine pünfte Münze, oder? Ja, das ist Münze. Da sind zehn Münzen drin, toll. Ja, da sind zehn Münzen drin, toll.